Drohgebärden, das Säbelrasseln im Ukraine-Konflikt geht weiter. Wie konkret ist die Kriegsgefahr wirklich? Ich spreche dazu gleich mit dem Militärstrategen Walter Feichtinger. Am Limit, die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist so hoch, dass das Contact-Tracing in manchen Bundesländern nicht mehr funktioniert. Wien hält noch daran fest. Und das große Outing unter dem Hashtag OutinChurch bekennen sich jetzt Menschen, die für die katholische Kirche arbeiten, zu ihrer Homosexualität. Das Säbelrasseln im Ukraine-Konflikt geht weiter. Einen schönen guten Abend. Willkommen zur ZIP-Nacht. Während die NATO überlegt, weitere Kampftruppen nach Osteuropa zu verlegen, hat die russische Ostseeflotte mit einem Manöver begonnen. Die USA und Großbritannien wollen ihre Botschaftsangehörigen aus Kiew abziehen. In dieser angespannten Situation haben die EU-Außenminister in Brüssel beraten. Es ist so etwas wie die Quadratur des Kreises, die die EU-Außenminister heute in Brüssel versuchen. Einerseits wollen sie gemeinsam mit US-Chefdiplomaten blinken, vor allem Härte gegenüber Russland demonstrieren. Wenn wir sagen, die Sanktionen müssen beispiellos sein, dann müssen sie beispiellos sein. Andererseits beschwert der Außenbeauftragte die Dialogbereitschaft und vor allem die Dialogfähigkeit der EU. Wir waren nicht abwesend bei den Verhandlungen mit Russland. Vor und nach jedem Treffen haben wir uns mit den USA koordiniert, diskutiert und akkordiert. Vor den Sanktionen für Russland soll es noch Geld für die Ukraine geben, 1,2 Milliarden Euro an Wirtschaftshilfe. Das tut Kiew gut und Russland nicht weh. Der Gesprächsreigen zur Eindämmung der Ukraine-Krise soll jedenfalls diese Woche fortgesetzt werden. Handfesteres gibt es von der NATO und von Russland. Das westliche Militärbündnis will seine Truppen in Osteuropa verstärken. Das russische Militär hält eine runde Manöver nach der anderen, nahe der ukrainischen Grenze oder jetzt auch in der Ostsee ab. Und wir schalten jetzt in unser Interviewstudio zu Walter Feichtinger. Er ist Militärstratege vom Center für Strategische Analysen. Einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Russland schickt also immer mehr Truppen an die Grenze zur Ukraine und die NATO verstärkt ihre Militärpräsenz in Osteuropa. Kann man hier noch von Säbelrasseln reden oder stehen wir unmittelbar vor einem Krieg? Also Säbelrasseln stimmt auf jeden Fall. Und wenn man die russische Seite hört, dann besteht keinerlei Anlass zur Sorge, weil keine Absicht besteht, hier in die Ukraine einzumarschieren. Wenn man natürlich die ukrainische Position hört oder auch die der NATO, dann schaut die Welt ganz anders aus. Ich würde sagen, es ist eine unglaubliche militärische Drohkulisse mittlerweile aufgebaut worden, die natürlich auch für militärische Aktionen genutzt werden kann. Ob das der Fall ist, wissen wir aber noch nicht. Es gibt ja neben dem Einmarsch auch militärische Alternativen, vor allem auch im Sinne einer modernen Kriegsführung. Stichwort Cyberattacken. Worauf müsste sich die Ukraine denn da einstellen? Einen kleinen Vorgeschmack haben wir ja schon bekommen, als hier Cyberattacken einfach öffentliche Einrichtungen lahmgelegt haben für kurze Zeit. Und das war nur ein kleiner Geschmack. Vorgeschmack, weil das gibt es ja auch im großen Stil. Man kann eine öffentliche Verwaltung lahmlegen, man kann Fake News verbreiten, man kann die Medien boykottieren, man kann Flughäfen lahmlegen und vieles mehr. Das heißt, alleine in diesem Cyberbereich besteht ein unglaubliches Potenzial, einem Staat wirklich einmal ganz schwere Bürden aufzuerlegen. Das ist das eine. Aber darüber hinaus gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten. Fake News habe ich angesprochen. Das ist äußerst unangenehm, wenn die Bevölkerung mit falschen Nachrichten gefüttert wird. Sie wird völlig irritiert. Man weiß nicht mehr, was tatsächlich passiert. Und darüber hinaus könnte man natürlich auch noch kleine Sabotageakte machen. Man könnte kleine Bomben hochgehen lassen. Also es ist ein unglaublich großes Repertoire, das man hier einsetzen kann. Und wir wissen, dass Russland ja in den letzten Jahren sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt hat in den unterschiedlichsten Bereichen. Gesetzt den Fall, es käme dann doch zu einer militärischen Aggression durch Russland, hätte die Ukraine überhaupt eine Chance angesichts der militärischen Überlegenheit Russlands? Das hängt natürlich sehr davon ab, in welchem Ausmaß eine militärische Aggression erfolgen würde. Klar ist aber schon, dass natürlich der, der angreift, immer das Überraschungsmoment auf seiner Seite hat. Das heißt, es wäre sehr schwer für die Ukraine zu erkennen, wann und wo ein militärischer Schlag ausgelöst wird. Wir sehen ja jetzt schon eine sehr schwierige Situation für die Ukraine, weil hier in einem Hufeißen, in einem Bogen um die Ukraine herum militärischer Aufmaß stattfindet. Das heißt, es kann fast von überall hier ein Angriff gestartet werden. Und das macht es wirklich sehr, sehr schwierig und wenig kalkulierbar. Und das bewirkt auch, dass die ukrainischen Militär- und Sicherheitskräfte sich in alle Richtungen orientieren müssen und nicht auf einen Punkt, auf eine Region konzentrieren können. Putins Strategie ist ja nicht ganz durchsichtig. Worum geht es ihm denn überhaupt? Die Frage ist absolut berechtigt. Ich kann sie nur nicht beantworten, weil das ist ja die Gretchenfrage schlechthin. Worum geht es? Wenn man sich hier die Entwicklung seit 2014 anschaut spätestens, dann kann man schon erkennen, dass es Russland daran liegt, vor allem Präsident Putin, hier die Ukraine nicht absolut in den Einflussbereich des Westens, sprich der EU und der NATO, driften zu lassen. Das möchte er verhindern. Hier ist einfach die Ukraine aus russischer Sicht ein absolut wichtiges Land, das man nicht verlieren darf. Das ist das eine. Das zweite ist, was wir auch wissen, dass Präsident Putin schon seit vielen Jahren darüber klagt, dass hier die Nachkriegsordnung nach dem Kalten Krieg in Europa zu Lasten Russlands erfolgt ist und dass hier die NATO einfach so weit vorgegangen ist, was für Russland nicht akzeptabel ist. Das ist eine Frage, über die man reden kann und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt insgesamt und hier sehe ich auch einen Anknüpfungspunkt. Wenn es so eine Unsicherheit auf beiden Seiten gibt, dann ist das genau der richtige Zeitpunkt, um in intensive Gespräche einzutreten. Die USA wollen diplomatisches Personal aus Kiew abziehen, wie sie ankündigen. Ist das eine angemessene Reaktion aus Ihrer Sicht in diesem Stadium? Ich halte das insofern für verständlich, weil die USA gerade mit den Botschaften weltweit schon sehr viele negative Erlebnisse gehabt haben. Es hat begonnen mit Iran, mit Teheran, der Geiselnahme 1979. Wir haben in Libyen gesehen, einen ganz großen Anschlag auf die US-Botschaft. Daher ist man hier sicher eh auf der vorsichtigen Seite. Wir sehen aber, dass andere Staaten, vor allem EU-Staaten, nicht so reagieren. Daher ist es wirklich eine Frage der jeweils staatlichen Befindlichkeit und Ausgangslage, wie sie hier umgehen. Walter Feichtinger und eine gute Nacht. Heute erreicht die Zahl der Corona-Neuinfektionen den weiter hohen Wert von 25.610. Gerade jetzt werden zwei zentrale Hebel der Pandemiebekämpfung in einigen Bundesländern fallen gelassen. Es gibt weniger PCR-Tests und auch das Contact-Tracing wird eingeschränkt. In Wien soll es trotz der hohen Zahlen weitergeführt werden. Mehrere Bundesländer haben das Contact-Tracing in den letzten Tagen sehr stark eingeschränkt. Es wird vor allem wegen der hohen Zahl an Infizierten nur in sensiblen Bereichen gemacht. Aber es gibt auch andere Gründe. Was wir in den letzten Monaten schon leider feststellen mussten, ist, dass wir eine immer kleinere Anzahl an Kontaktpersonen genannt bekommen haben. Also im Wesentlichen kann man sagen, das familiäre Umfeld. Aber es hat sich oftmals dann erst im Nachhinein herausgestellt, dass doch sehr andere intensive Kontakte stattgefunden haben. Wien bleibt dabei. Es wird weiter breit getestet und das Contact-Tracing vorangetrieben. Wenn wir am Tag 100.000 Menschen testen und eine Positivitätsrate haben von 2%, dann heißt das, dass 98.000 Menschen am Abend erleichtert sind, ein Testergebnis mit einem negativen Befund zu bekommen. Und tatsächlich testen wir wesentlich mehr als 100.000. Gleichzeitig mehren sich die Stimmen, die den Lockdown für Ungeimpfte für unsinnig halten. Die FPÖ war nie dafür. Neos-Chefin Beate Meindl-Reisinger spricht von einer reinen Schikane. Und auch der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil von der SPÖ kann sich ein Ende der Einschränkungen vorstellen. Von der türkis-grünen Regierung gibt es angesichts rekordhoher Infektionszahlen kein Signal in diese Richtung. Schweigen hat in der katholischen Kirche bei unliebsamen Themen eine lange Tradition. Umso größer ist die Erschütterung, wenn dieses Schweigen dann gebrochen wird. Das haben heute Schwule und Lesben getan. Sie arbeiten alle für die katholische Kirche und haben sich öffentlichkeitswirksam geoutet. Sie sind Priester, ReligionslehrerInnen, Angestellte kirchlicher Einrichtungen und sie sind queer. Unter dem Hashtag OutinChurch bekennen sich 125 Personen offen dazu, nicht heterosexuell zu sein und berichten in einer ARD-Dokumentation von Angst, Ausgrenzung und Drohungen. Dass ich unwürdig bin, in dieser Kirche zu arbeiten, dass ich also eine schwule Sau bin, der man also Menschen anvertraut und auch junge Erwachsene anvertraut, das sei unverantwortlich. Mit ihrem Outing riskieren sie viel. Denn queer zu sein gilt im kirchlichen Arbeitsrecht als Loyalitätsverstoß und somit als Kündigungsgrund. Es sei höchste Zeit, das zu ändern, fordert die Kampagne, mit der sich heute zahlreiche katholische Organisationen und auch Würdenträger solidarisieren. So fordert der Aachener Bischof neue Denkanstöße. Um in konstruktiver Weise diesen Fragen zu entsprechen, sodass eben das, was diese Gruppe, die sich jetzt gezeigt hat, am meisten will, Angstfreiheit tatsächlich erreicht wird. Der erste Schritt ist nun getan. Das Schweigen über Queerness in der Kirche ist gebrochen. Der Vulkanausbruch auf der Insel Tonga in der Südsee hat weitreichende Folgen. So auch an der Küste Perus. Obwohl mehr als 10.000 Kilometer entfernt kämpft man dort gegen eine Ölpest, ausgelöst durch den Vulkanausbruch. Eine Flutwelle hatte einen Tanker beim Entladen erwischt. Dabei sind mehr als eine Million Liter ausgetreten und ins Meer gelangt. Jetzt gibt es eine Rettungsaktion für die betroffene Tierwelt. Dutzende Vögel und vom Aussterben bedrohte Pinguine sind in den Zoo der Hauptstadt Lima gebracht worden. Dort kämpft eine Gruppe Tierärzte um ihr Leben. Und wie geht's mit dem Wetter weiter? Ruhiges Hochdruckwetter gibt es morgen. Im Bergland scheint durchwegs die Sonne. Im Flachland hält sich teils zäher Nebel oder Hochnebel. Die Temperaturen erreichen meist 3 bis 7 Grad. Bei Dauernebel bleibt es etwas kühler. Teil sonnig, teils nebelig geht es am Mittwoch und am Donnerstag weiter. Im Osten wird es zunehmend windig. Hier geht's jetzt weiter mit 911, Notruf LA. Von uns eine gute Nacht. Auf uns eine gute Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020